Ich besitze eine Insel vor der Küste von Costa Rica. Ich habe in den letzten fünf Jahren so etwas wie ein biologisches Reservat aufgebaut. Was haben die hier zu bieten, King Kong? Willkommen im Jurassic Park. Dinosaurier und Menschen, zwei Spezies, zwischen denen 65 Millionen Jahre der Evolution liegen. Wie können wir auch nur die blasseste Vorstellung haben? Spürst du das auch? Von dem, was uns erwartet. Jetzt alle Mann festhalten. Alle großen Freizeitparks hatten Verzögerungen. Ja, aber wenn die Piraten aus der Karibik kaputt gehen, dann fressen die nicht gleich die Touristen auf. Nicht bewegen! Können Sie nicht schneller fahren? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR